Dr. Schick am Apparat, ich grüße Sie. Wer ist dort? Auf die Schnelle. Ich bin Chief Product Director beim Internetkonzern Poppel. Und Sie haben ja, denke ich mal, in der vergangenen Woche Post von uns erhalten. Das weiß ich nicht. Wer sind Sie? Ich arbeite beim Internetkonzern Poppel Incorporated Europe mit Sitz in Warschau und Polen, von wo ich auch gerade anrufe. Und Sie müssten eigentlich Post von uns bekommen haben. Weiß ich nicht, kann ich nicht. Mein Name ist Dr. Schick. Ja, ich sag, das sagt mir nichts. Warum, was möchten Sie denn von mir? So, der Punkt ist, dass am kommenden Mittwoch Ihre Stadt, Ihre Straße dran ist und das wollte ich Ihnen a, noch einmal telefonisch mitteilen und Sie b, bitten an dem Mittwoch nach Möglichkeit, Ihr Haus bzw. Ihre Fassade in gepflegtem Zustand, ja, dass sie sich in gepflegtem Zustand befindet. Wieso? Ich habe kein Haus. Haben Sie ein Problem damit? Nee, ich habe kein Haus. Ich bin Bieter. Das interessiert mich, die Fassade. Das ist der Hauswürde zuständig, nicht ich. Okay, kommen wir zum Schluss. Dann sage ich mal, bis Mittwoch. Im Laufe des Tages kommen dann unsere Studenten mit ihren Kamerafahrzeugen vorbei. Es ist mir egal, ob da jemand vorbeikommt. Auf Wiederhören. Ich bin Hauptstadt. Vielen Dank.